Hallo und herzlich willkommen zurück bei Staxl, wieder mit Sira und Salome! Yay! Wir hängen immer noch im Ladebildschirm. Ich nicht mehr. Weil wir noch nicht auf Weiter gedrückt werden. Okay, gut. Okay, jetzt, jetzt, alles gut. Gut. Ich muss Katzenfutter kaufen. Äh, ich hab noch. Dann fütter mal die beiden Miezen. Hast du wieder kein Geld? Doch, aber die sind beide hungrig, glaub ich. Ja. Oh, eine Eichel. Und, zwei. So. Was sagst du denn zu meinem schönen Taun? Gleich, ich musste erst die Pflanzen gießen. Ignorantes Stück, du. Ja, ich weiß. Die Pflanzen sind aber nur mal wichtiger. Ich pflanze dich gleich mal mit an. Ey, du verweckst wenigstens jetzt so schnell, im Gegensatz zu den Pflanzen. Einen Tag nicht gegossen ist der ganze Pflanze für den Arsch du. Hm, das stimmt ja. Naja, nicht ganz. Also du hast dann, glaub ich, noch einen Tag, um sie nachzugießen. Wenn du es dann aber vergisst, dann ist Feierabend. Sieht auf jeden Fall besser als vorher aus. Und man hat mehr Platz. Und man hat mehr Platz. Ja, eben, deswegen. Ich fand das... Ich könnte mir auch hier das Haus... Auf die Seite haut das Haus erweitern, statt auf die andere Seite. Können wir auch machen, ja. Dann könnte ich nämlich auf die andere Seite, ähm... Oder hier einfach so einen Schuppen bauen, wo wir das Zeug reinstellen. Ja, können wir auch machen. Wäre vielleicht sinnvoller. Wäre vielleicht sinnvoller. Wichtig kalt, ja. Jetzt... Ach, ich hab gar keine mehr, Entschuldigung. Weil auch die Küche generell, die... Wenn du das ganz, ganz so ein Zeug, was du brauchst, ist ja nicht grad wenig, ne? Ja, ja. Das ist etliches, ja. Das finde ich, das haben sie das System, also finde ich ein bisschen doof gemacht. Too much. Ein bisschen too much, finde ich. Aber wer weiß. Vielleicht kommt ja noch was. Ja, ich finde ein Gerät für alles langt eigentlich. Wohl höchstens zwei. Vielleicht eins für Essen, eins fürs Bauen. Ja. Ja, ne, ich mein nicht so, sondern, ähm... Ein Küchengerät für alle Küchen-Sachen-Sorten. Ach so. So ein Herd mit, mit, mit Schneide- und, äh, Dings-Platte. Weißt du? Und Mixer. Ja, das. Auf jeden Fall, ja. Und halt ein Werkzeug. Wie bei, hey, Dings halt. Ein Werkzeugteil. Ja. Weil das ist ja noch, das ist ja noch ganz am Anfang, das Spiel. Ja. Da kommt ja bestimmt noch einiges. Da bin ich eh mal gespannt. Ich auch. Was da noch alles kommt. Und ich hoffe, dass sie den Multiplayer trotzdem noch ein bisschen verbessern. Mhm. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das, was sie hier machen, gespeichert wird. Ich, ich speicher's. Also bei mir, ich hab den Spielstand bei mir auf dem Ding drauf. Ah, okay. Also wenn ich das nächste Mal mich einlogge, kann ich dann, geh ich auf Multiplayer, geh dann auf, auf, auf Player, Player Login oder wie das, oder wie das da stand. Mhm. Ähm. Wähle aus, was ich laden möchte und dann kann ich den Spielstand auswählen. Ah, okay. Ich kann auch, ich kann auch den Spielstand auswählen, wo ich am Anfang gespielt hab, wo ich im Singleplayer war. Den, sogar den kann ich auswählen. Ah. Das ist gut. So, die beiden Dröge. 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 Jetzt renne ich doch voll gegen die Mauer, ey. Ah, wo sind sie denn da? Da kommt das Futter rein. Ich habe doch was für dich. Wo bist du denn? Hier. Da steht Ernte. Hier, guck mal. Kannst du Alarm. Da kotzt sie doch die, äh, Holzdinge raus, so. War hier so übel. Ja. Ich hab's gemerkt. Blblblblblblblblblbl. Feier. Ah, ich hab noch was für dich. Oh, ich freu mir. Jetzt hab ich Feuer ausgekotzt. Was? Feuer? Ja. Ach so! Kerzen. Feuer, 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 Feuer! Stein, 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 Stein! Lelabel, Lelabel! Lelabel! Belebe! Problem ist, ich müsste jetzt schon mal erstmal wo exactly hinstellen, einfach. Die Maschinen... Weil ich brauche, glaube ich, zum schmitz... zum schmitz... schmitz... dann stell sie doch hier erstmal hin, wir haben doch hier genug. Ja, zum schmitz... Man kann die ja jeder... jederzeit wieder abbauen. Ja, zum schmitz... 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 Brauche ich dann noch die, äh, Dings, damit ich Holz mal, ähm, äh, Zaun machen kann. Blöd halt nur, ich kann erst nur den... ich kann nur den großen Zaun erstmal machen. Das macht ja nüch... ähm, ich hab noch, ich hab noch 8 Zäune, hab ich noch. Die lange nicht für die Kühe. Ach so. Aber immerhin sind's 8 Stück. Ja, aber die lange für die Kühe nicht. Diese wählerischen Dinge da, weißt du? Ja, ja, die brauche extra Zaun. Am besten sowieso der hohe Zaun, weil die halt innerhalb des Hofes doch gern drüber machen, über den Kleinen. Okay. Ja, hab ich schon fest. Deswegen hab ich, deswegen hab ich einfach so wie so ein Häuschen einfach gebaut. Ja, ne, da können die ja raus. Nö. Ich hab ne Tür drinnen. Ne ganz normale Tür. Die armen Tierchen, die müssen auch draußen auch rumgammeln. Das hat die nie gestört, die waren immer happy. Also meine waren immer happy, wenn sie rausgehen konnten. Es hieß nur halt immer wieder, ist hungrig. Oder hab ich schon dann was zu fressen? Woher ging das? Ja, das ist ja immer dann Frustfressen, weil sie nicht raus können. Ja, klar. Frustfressen. Die heißen nicht Salome, das auf dauernd Frustfressen, weil sie nicht rauskommen. Weil sie sind dauernd vorm Computer hocken. Ja, na. Das ist schlimm. Da fress ich mir die Hunde immer an. Fürchterlich. Fürchterlich, ja. Und dann gibt's immer den Winterschlaf, weißt du? Und wenn's dann auch... Winterschlaf, den überspring ich mittlerweile schon. Was? Wie kannst du Noah? Der ist wichtig. Ach Quatsch. Der wird überbewertet. Der ist very, very, very wichtig ist der. Der wird überbewertet. Schlaf ist nicht überbewertet. Schlaf ist geil. Schlafen ist immer geil. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Schlafen ist ein Muss. Ein Muss. Ich muss mal schlafen. So. Schlafen. Ich bin jetzt bei 2.000. Wie? Was wolltest du haben? So ne Versandmaschine, ne? Ja, die kostet aber glaube ich 2.500. Ich hab 2.600. Oh. Okay, dann 2.600. Versandkatalog hab ich. Seh ich hier. Versandstation. Das ist der Bestellkatalog. Da kann man was bestellen? Ja. Wenn du das kaufst. Du stellst das Ding hin. Klickst das an. Suchst aus, was du haben willst. Bestellst das. Und dann ist er am nächsten Tag da. Echt? Ja. Cool. Gell. Jetzt bleibt uns die Wahl. Entweder Bienenhaus oder die Versandstation. Ich mach Bienenhaus. Das brauch ich ja ne Weile bis er fertig ist. Also bis genug Bienen drin sind. Dann kann ich irgendwie so einen Hühnerstall kaufen, oder? Jupp. Wobei ich die Hühner eigentlich bei den Kühen mit dabei hatte. Und die haben sich nie beschwert. Hahaha. Hühnerfutterstelle noch. Ja gut, ne Hühnerfutterstelle. Die hatte ich dann halt in der Scheune mit drin gehabt. Aber die haben sich nie beschwert. Ich kann es hier neben das Häuslerstelle. Genau. Wenn es eingezäunt ist, bleiben ja sowieso alle da. Jupp. Das stimmt. Du sollst nicht auf die Bäume klettern. Du sollst die Bäume umnatzen. Warum nicht? Warum nicht? Weil sie die Bäume umnatzen soll. Warum? Weil ich das Holz brauche. Warum? Zu bauen. Sonst müssen wir doch auf der Straße schlafen. Ich habe mein Häuschen bald. Mein Bett ist schon so alt. Und es stinkt. Nach Kalk. Katze. Oh Gott. So, ich bin... Nach Kalk. Was äh? Achja. Warum stinkt ein Bett bitte nach Kalk? Achja, wenn du alt bist und verkalkst, dann... Alles klar, da weiß ich Bescheid. Grober Holzzaun. Da haben wir ihn doch. Den habe ich gesucht. Grober Holzzaun. Da brauche ich Pfosten, oder? Was? Äh... Pfosten. Keine Ahnung. Naja, du bist ein Pfosten. Da kannst du sicher sein. Du bist ein Vollpfosten. Du bist also sehr still. Mit Einbau... Das weiß ich. Du bist sowas von einem Vollpfosten. Selbsterkennung ist der erste Weg zur Besserung. Und ein Bratzengesicht so. Ja. Jetzt wirst du aber gemein. Ja. Du fängst ja an. Du alle Kack-Kack-Bratzen. Du alle Kack-Kratzen. Du alle Kack-Kratzen. Ich geh gleich zu Ria. Die ist wenigstens nett zu jedem. Die ist mir fremd. Ich geh nur bekannt. Ich kenne die Ria ja schon. Ich koobachte dir. Tuchst du gar nicht. Auch wenn ich gar nicht weiß, wo du bist. Ich bin bei Alisa. Ich bin bei Alisa. Jaaaa. Das sehe ich. Ähm. Was war das denn, Pat? Das war die Maus. Du musst nicht gleich ausflippen hier. Doch! Alles gediebisch. Nein! Alles Kacke. Immer schee gediebisch bleiben. Ich bleib nie gedieße. Ich habe was vor dir. Was du nicht hast. Bist du? Auf einem Hügel. Ah, ich seh dich. Nein, tust du nicht. Doch. Du hast Samen vergessen aufzuheben. Ich weiß. Du hast mich erschreckt. Echt? Nein, 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 nein. Ach, schade, ich habe wieder was runter. Egal. Wo bist du denn jetzt? Ich habe was für dich. Ich weiß. Ich hab keinen Bock auf die Karte zu gucken. Ich stell sie einfach ins Regal rein, so. Zack. Obwohl, ich kann sie jetzt gebrauchen. Hi. Mich kannst du nicht so schnell erschrecken. Ich bin heute genug erschreckt worden. Bei einem anderen Let's Play von mir. Da hab ich schon mehrmals geschrieben. Wie ein Mädchen. Armes, du. Armes, armes, du. Hast du noch Bauholz? Ja. Kannst du mir das mal ein bisschen dazulegen? Hallo? Hi. Machen wir es halt so. Okay. Die kamen nicht schlecht. Aber deswegen ging es nicht. Ich konnte es nicht zu dem anderen dazulegen. Ich muss überlegen, wie viel Zäune ich es eigentlich brauche. Oh, Leute. Dieses Let's Play auf meiner Seite. Guckt es euch lieber bei Syrah weiter an. Hier wird es gerade sehr langweilig. Weil ich muss jetzt gerade Holz herstellen. Ich bin auch noch am Holz. Hacke. Sonderlich interessanter ist das auch nicht. Naja, es ist interessanter als bei mir. Weil ich gucke jetzt gerade nur auf diese Schnitzbank. Ich beobachte dich. Ich gucke gerade nur auf diese Schnitzbank, wie ich Holz hier mache. Jetzt sehe ich ganz genau. Hau! Piu! Schnell verstecken. Oh Mann. Jetzt bin ich taub. Du siehst du das immer. Durch Zufall. Ich habe dich durch die Idee im Augenwinkel irgendwie gesehen. Oh Mann. Ich habe Spaß. Ich sehe ein Name. Entschuldigung. Ich habe doch echt einen Vogel, ey. Ich muss doch hier in Ruhe meinen Zaun herstellen. Ich sehe dich durch die Scheibe. Die kaputt ist. Ersetz dich lieber, Mann. Ja, so doch nett. Wird es sonst kalt im Winter. Oh Mann. Dafür soll ich von zu ersetzen. In meinem Haus sind, glaube ich, eine Scheibe, die heile ist. Die kannst du austauschen. Ja, damit du dann frierst, oder was? Ist doch egal. Genau. Sobald wir sowieso ein größeres Bett haben, schlafe ich hiermit. Offener Zustand. Hoppla. Hui. Ich gucke mal mit. Du kannst das Bauhaus wieder haben. Ich lege diese Materialien einfach mal in den Kühlschrank, ja klar. Ja, und lege sie in den Kühlschrank. In den Kühlschrank. Ja, lege sie in den Kühlschrank. Da legst du noch ein bisschen Gras. Oskar kommt gerade in unsere Richtung. Ui. Und kehrt vor unseren, äh, vor unseren Weg. Vor unserem Weg, ja. Vor unserem Weg. Geiles Deutsch, ne? Total. Das ist genauso wie der Finger in Muskelkarte, ne? Der Finger. Ich hab Finger in Muskelkarte. Sehr schön. Oh, morgen kannst du dich ja schon ernten. Ich noch nicht. So, ich geh jetzt erstmal in mein Bett. Mach das. Hallo, Lo. Gute Nacht. Hallo, Bakura. Hallo, Jo. So. Okay, ich hab zwei heile Fenster, hab ich. Schön für dich. Und ich liege in meinem bequemen alten Bett. Ich komme. Mit meinem Zaun-Teil in der Hand. Lieg ich im Bett. Mit dem Zaun in der Hand. Ja. Bist du sicher, dass das so ein Zaunpfosten ist? Ja. Ich schnief hier alt. Ich rieche was. Ich rieche dich. Ich rieche. Ich rieche. Ich rieche. Dich. Dich. Ich rieche. Wui. Hallo. Hallo. Äh. Da ist ein Loch. So. Was brauche ich dafür jetzt noch? Doch, dafür brauche ich auch Bauholz. Okay. Ist alles im Kühlschrank, ne? Ja, ja, aber dass sich was im Kühlschrank ist, ist zu wenig. Äh, ich hab noch. Ich hab 474 Holz. Okay. Da, stopp. Danke. Bitte. Dann darf ich das mal, äh, verarbeiten. Ja, mach das. Und montiere dann. Dann brauche ich noch Nägel. Kannst du da auch kaufen. Ja, ich weiß. Aber es ist ja nicht grad günstig. Das ist immer so das Problem, was ich damit hab. Naja, fünf... Fünf Kühl oder... Ich finde das teuer. Fünf Kühnblätter, das geht. Ich finde das teuer. Ja, wenn man noch keine Kohle hat, dann ist alles teuer. Ja. Zumal ich ja jede Menge brauche. Ich brauche mindestens mal... 25 Stück. Oh, okay. Kannst du schon ernten? Oh, Moment. Da muss ich piken. Ich muss ja auch sowieso erst Samen machen, bevor du da irgendwas verkaufst, darfst von. Ich hab ja nicht gesagt, dass ich es verkaufen werde. Ich will wissen, ob du schon ernten kannst. Keine Ahnung. Ich gucken. Ich gucken tun. Die Zwiebeln, ja. Kann ich ernten. Dann mach mal daraus Samen. Ja, mach ich ja gerade. Hier. Aber was bringt es eigentlich, wenn du aus denen wieder Samen machst, wenn du die wieder wieder eingepflanzt? Weil du da zwischen eins und drei Samen pro Ding kriegst. Das heißt, du könntest aus einer Zwiebel drei Samen machen und dementsprechend dann das dreifache an Dinge pflanzen als vorher. Ja, und ich hab jetzt aus dem ersten schon zwei rausgekriegt. Okay. Dann mach ich wieder neun Stück und der Rest wird verkauft. Was soll ich denn eigentlich mit dem, äh, Bobblehead machen? Mit dem Bobblehead? Ich hab ein Bobblehead bekommen. Was ist denn ein Bobblehead? Was? Du weißt nicht, was ein Bobblehead ist? Nein. Dein Wackelkopf. Ach so. Hier. Stell dir doch irgendwo hin. Ich hab ihn jetzt reingestellt. Ah, okay. Willst du das Zeug verkaufen, oder soll ich? Nee, gib her. Ich geh jetzt eh gerade rein. Ach, warte. Ich hab da noch das gefunden. Hab ich es jetzt rausgenommen? Hä? Hä? Ah, jetzt so. Stell in Chile. Was kann ich eigentlich damit anfangen? Weiß ich immer noch nicht. Verkaufen. Das kannst du verkaufen. Das gibt viel Geld. Yay. Schmalchsam. Oh, es leckt gerade bei mir hart. Was? Ja, bei mir hat es hart geleckt. Hart. Ja, total hart. Hart geleckt. Ja. Fand mich sehr lecker. Ah, du hast schon gegießt. Ja, ich hab meine schon gegießt. Gegossen. Ich hab meine bepinkelt. Ist auch gegießt. Sowas tue ich nicht. Oh, Mädel. Da sind viele Nährstoffe drin. Was? Was? Na, die Olle hier, die geht mir gerade voll auf den Keks. Die steht mitten vor der Maschine gerade. Ja. Die gute Frau. 20 kosten mich Nägel, nicht 5. Hä? Ja. Bei mir kosten Nägel immer 5. Der Kleber kostet 5. Die Nägel kosten, haben bei mir auch immer 5 gekostet. Nee, die kostet 20. Oder die haben das geändert? Nee, die haben bei mir schon immer 20 gekostet. Nö. Also ich war der Annahme, dass die bei mir immer 5 gekostet haben. Genauso wie alle andere auch. Bis auf den normalen Takt, der war ein bisschen teurer gewesen. Nein. Wo ist denn dieses beknackte... Ah, da hinten. Ich will keine Kiste herstellen, ich will einen Zaun. So. Billa. Jetzt wird sehr interessant, meine lieben Zuschauer. Ich erstelle einen Zaun. Und dafür habe ich mein letztes Geld ausgegeben. Nur um die Nägel zu kaufen. Tatsächlich. 20. Gott, ist das hier. Ja, ähm. Ach ja, das macht so Spaß. Hallo. Und jetzt mach dich ab. Find ein schönes Plätzchen für die Scheune und vergess das Holz nicht. Ja, immer dort selber. Wie fehlt Nägel? Fehlen mir. Wie viel? 8. Ja. Ja. Die Scheune wird mit mich glatt zum Wein bringen, wenn ich dat könnte. Schade. Was? Dass du noch nicht bei ihm warst, würde ich sagen, dass du Maximilian davon berichtest. Ich kann das erste Wort nicht lesen. Falls du. Falls du noch nicht bei ihm warst, würde ich sagen, dass du Maximilian davon berichten solltest. Hoffentlich sehe ich bald mehr von deinen Werken. Du kannst jetzt halt an meinen Türchen klingeln. Nee, danke. Wenn du Material oder Hilfe brauchst. Die baggert mich voll an, ey. Ich stehe halt auf Muschis. Du bist doch auch einer. Nee, du bist doch auch einer. Ja. Mädel. Muss das sein? Was denn? Ich bin hier am Arbeiter. Bagger mich doch hier von der Ecke an. Dere ist langweilig. Schmerk's. Aber sie hat Angst, dass ich ihren Tisch klaue. Sie beobachtet dich. Ich fühl mich so beobachtet. Okay, 27 Zaun. Hoffentlich langt das. Was ist das? Ich hab oben noch 8 Stück. Das müsste reichen. Diese kleinen Holzklinge, ich bringe mir nichts. Achso, du hast jetzt einen anderen Zaun gemacht, oder was? Ja, ja. Achso. Oh, da bleiben die Kühe nämlich drin. Achso. Achso. Akzent. Na, 8 Cent hab ich nicht. Oh, ich hab ein Püppchen gefunden. Ein Wackelkopf. Ja. Ein Bobblehead. Ein Bobblehead. Das ist ein Bobbelche. Ein Bobbelche. Ja, ein Bobbelche. Genau. Wir müssen dann auch mal so langsam. Ja, was müssen wir? Aufs Klo? Nee, wir sind schon 5 Minuten über der Zeit. Nein. Ich will noch meinen Zaun fertig kriegen. Ja, wir können auch gerne noch eine Folge aufnehmen. So ist das nicht. Aber ich will meinen Zaun fertig kriegen. Ja, dann sag ich doch. Dann nehmen wir halt noch ein Völkchen auf. Okay. Okay. Ja, dann machen wir jetzt erstmal einen Cut. Okay. So, dann war's das jetzt erstmal für diese Folge. Und in der nächsten Folge baue ich hier noch ein bisschen weiter dieses Hügelchen da ab, weil das stört mich irgendwie voll. Ich hab gerne so einen kleinen Überblick über alles. Und Salome macht dann derweil ihr Zäunchen, damit die Kühen halt abhaue. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Also, tschüss. Bis dann. Tschüss.